So, hi, hi und willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Ich bin der Konsolen-Gamer Antimon und es gibt ein neues Season. Das heißt, es gibt ein witziges neues Video darüber und das auf der Xbox. Okay. Okay, so, let's go in der Runde. Alter! Ähm, what the fuck? Was sind die Düsenjäger hier? So, willkommen hier in der neuen Season. Es ist mal wieder Marvel-Time. Wo wir gehen, hingehen. Ähm, ja, Misty. Oder, nein, sie ist jetzt schon so weit weg. Ähm, keine Ahnung, Alter. Ich geh jetzt einfach mal hier runter. Sag mal, ja, ich geh hier rüber. Hier, äh, Planet Park war das doch mal, oder? Halt doch, was ist denn Dach hier drüben für eine Villa? Da geh ich jetzt mal hin. Schau mal, was passiert. Wißt du, ist da unten schon ein Typ oder ist das ein Typ gewesen? Ha! Du kriegst es aufs Maul, Deadpool. Wo bist du? Und? Äh! Oh mein Gott. Das war auch mehr Glück als Verstand. Wo bin ich denn hier? Ach, das ist Doomsdom. Das ist Doomsdomain. Da hab ich irgendwas in den Aufgaben drin gelesen. So. Okay. Machen wir hier. Ist hier jetzt die Kamera kaputt? Und schauen wir mal, was hier drin ist. Hi. Ist da Dudes? Oh. Oh. Ja, okay. Was hast du hier? Oh, hier geht doch das ins Southpack. Okay. Hi. Was ging denn? Was geht denn hier hinten ab? Ist das Doktor? Ne, der heißt nicht Doktor Doom, oder? Ich bin fucking trash, Bro. So, weiter geht's in der nächsten Runde. Alter, boah, diese Düsenjäger, die verwirrt mich komplett. Sag mal, kann es setzen, die hier irgendwo auch lachen? Ne, dann mach ich mal zu so einem Teil hingehen. Ich würde jetzt echt mal interessieren, was da hinten los ist. Oh Gott, hier sind Typen. Ah! Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nix. Fuck, 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 fuck. Nein, nein. Kann ich den Typen pickeln? Oh, fuck, der hat jetzt gleich ne Buffen. Die treffen halt einfach null. Ich hab immer noch keine Waffe. Was bist denn du? Oh mein Gott, die taktische Maschinenpistole ist wieder da. Mein Gott, das war... Wie ich angefangen hab, das Spiel zu zocken. Also irgendwie meine Lieblingswaffe. Weil das der einzige Weg war, wie ich... Kills machen konnte. Du musst ja überhaupt... Ach, das ist so freundlich. Leute, ich nehme mir jetzt ein Auto und... ... fahre mal ein bisschen in die Zone rein. Hi, Typ. Du wirst jetzt überfahren. So. Ey, wuhu. Mein Gott, hier lauter... ... stahlgene Maschinenpistole. Ihr habt... Würde ich mal treffen hier. Oh, danke. Was ist eigentlich das da hinten für ein komischer Turm? Okay, das sind einfach nur Solarpanels. Ich stirb! Gibt es denn normalerweise auch immer ne Kiste? Ah, ja. Warte mal, vielleicht kriegst du auch... Ne, nen Habtonieren bekomm ich nicht. Was ist das hier? Die bessere Stunge, ey. Ich hab ja eh nur Scheiße hier. Okay. Ist das ein Typ? Oh, fuck! Der ist gut! Im Gegensatz zu mir! So, weiter geht's! Hier in Fortnite! Alter! Das ist cool. Einfach aber irgendwie Nerve... Ja! Was ist denn da unten los? Da will ich hin! Ha! Lol! Haben wir die kaputt machen? Blöde, die sind schon kaputt. Sentinelfriedhof. Okay. Ich hab leider gar keine Ahnung von Marvel und so. Ich hab mir nur, ich glaub, Infinity War und Endgame angeschaut und ich glaub irgendwie so... Captain America oder First Avengers. Aber alles immer nur mit Freunden. Ich mein, ich mag die Filme, die sind ganz cool, aber... Ich bin jetzt kein so richtiger Marvel-Nerd. Marvel find ich halt einfach nur cool, bin aber jetzt kein richtiger Nerd davon. Alter, auch das sieht mal richtig nice aus. Was, wenn ich da drauf schieß? Nix. Okay. Okay, was ist, wenn ich hier auf das Ding hier raufgehe? Wow! Lol! Aha! Yo! Wo, wo komm ich hin? Oh mein Gott! Das ist ja nice! So, dann schauen wir jetzt mal echt weiter, oder? Äh, wo geh's hin? Nee, auf der Rolltier. Kein Bock. Das ist kacke. Mal Lazy Lake. Ich mein, ja, es ist nicht in der Zone drin, aber... Es ist nah genug, sodass ich abhauen konnte. Wo wird hier rumgeschissen? Ach da. Auf wen hat der bitte geschossen, der Typ? Oh! Ah, Mann! Oh! Sag mal, täuscht mich das, oder gibt's jetzt wieder viel, viel mehr... Äh, ja. Mh, Maschinenpistolen. Komm mal fast davor. Ich geh jetzt hier nochmal zur Doktor Doom rein. Schau mal, vielleicht krieg ich ja wieder einen Doktor Doom Kill. Wieso hab ich jetzt grad das Sofa erst so spät gesehen? Äh, ich hab da was gefunden. Und das gehört jetzt mir. Ah, ich kann mich ja nicht scannen. C5. Ui! Warte mal. Ähm. Ich mach jetzt was hier in der Kiste da oben drin ist. Vielleicht... Ja, geile neue Waffen. Äh, wo war die Kiste? Da war sie. So. Was ist denn immer noch so geil, den Typen einfach da vorhalten? Oh mein Gott! Die Bandage ist super bei mir nicht. Ach du! RIP! Hä! Mann! Wieso hast du nicht geschossen, Pumpgun? Ich bin jetzt pissed. So. Das haben wir wieder. Uiuiuiui. Schau mal in Weeping rein hier. Na ja, ich geh mal ganz gern. Obwohl es hier am PC immer richtig schön lag da drin. Er macht es richtig Bock zum Spielen. Schau mal wie es auf der Xbox ist. Ich seh auch hier irgendwas Neues in Weeping. Uh. Was sind das hier für ein Krater? Mal in den Krater reingucken. Aber... Da folge ich mal hier in die eine Ruine, dass ich wenigstens ein bisschen was habe, falls da irgendwie böse Dudes drin sind. Na, dann schauen wir mal was hier in dem Krater drin ist. Schaut natürlich mega interessant aus. Hey, vielleicht so wie damals ganz früher die einen komischen Steine da. Ich glaube das war damals als Infinity War rauskam, oder? Okay, hier ist einfach mal nichts. Welcher bist du hier gerade? Oh, da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Jawoll, jetzt hat... Oh, da ist sogar eine aufblasbare Pumpkin. Ey, der Erste. Ey, der Zweite. Ey, der Dritte. Und du kommst jetzt auch noch dran. Jawoll. Hacken. Ich will den hacken. Könnt ihr jetzt zu mir? Oh mein Gott. Das ist ja mal geil. Ha. Das ist ja mal echt nice. Ich hab gedacht, den können die verhören oder so. Ne, jetzt gehört der einfach zu mir. Nice, Alter. Ha. Was macht ihr? Ha. Okay. Ach, du mein. Du bist jetzt ein Baumeister. Ich weiß nicht, ob der weiß, wo ich bin. Ich renne mir jetzt mal ein bisschen hinterher, mal zum schauen, wo der hingeht. Ja. Jawoll. Ja, auch so ein Teil. Oh. Oh. Ich hab gedacht, da kommt ein Gegner. Oh. 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 Kommer mal. Ach, das ist Spaß. supporting parcelsidan hat, wo du siehst Artfall, aim ich denn bitteschön, oh mein Gott, was ist denn das, ne Feuerfall, oh mein Gott, ich bräuchte Healing, wieso hattet ihr kein Healing, der Typ. Okay, der bekommt mich jetzt hier, ich habe nur noch elf Leben. Ich kann nicht bauen, immer noch nicht, what the fuck geht hier jetzt ab?